Zur Bürgermeisterstichwahl am 28. November des Jahres 2021 in Meuselwitz. Bürgermeisterkandidat Uwe Rückert hat weitere prominente Unterstützung erhalten. Hubert Aiwanger, der Bundesvorsitzende der Freien Wähler und zugleich stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, bittet um ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger von Meuselwitz, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben am Sonntag die Möglichkeit, einen hervorragenden Mann an die Spitze Ihrer Kommune zu wählen, einen neuen Bürgermeister ins Amt zu wählen, der weiß, wo man hinlangen muss, der weiß, wie man anpackt, um eine Gemeinde, um ein Gemeinwesen nach vorne zu bringen. Er hat vielfältige kommunalpolitische Erfahrung und er hat berufliche Erfahrung. Er ist auf alle Fälle der richtige Mann, Ihre Region weiterzuentwickeln. Eine Region, die sich mitten im Umwandlungsprozess befindet, von traditionellen Arbeitsplätzen hin zu neuen Arbeitsplätzen. Er ist ein großer Anhänger der Wasserstoffwirtschaft und Wasserstoff ist mit Sicherheit eines der großen Zukunftsthemen dieses Landes und auch für Ihre Kommune. Die erneuerbaren Energien im Zusammenwirken mit dem grünen Wasserstoff sind eine große Chance. Und trotzdem weiß Herr Rückert auch, dass er sich um die traditionellen Dinge kümmern muss, dass die Landwirtschaft wichtig ist, dass es wichtig ist, den ländlichen Raum, die Heimat zu erhalten. Und deshalb bitte ich Sie, Uwe Rückert, zu wählen. Mein Name ist Hubert Aiwanger, ich bin der Bundesvorsitzende der Freien Wähler und ich unterstütze Ihren Kandidaten aus vollem Herzen und würde mich freuen, ihn dann als neu gewählten Bürgermeister in Ihrer Kommune besuchen zu dürfen. Alles Gute, wählen Sie richtig, wählen Sie Uwe Rückert. Vielen Dank. Vielen Dank.